Der Red Scorpion Dieser Mann führt seinen eigenen Krieg. Erwarnungslos. Für ihn gelten nur seine eigenen Gesetze. Wer zur Hölle ist das? Die haben uns tatsächlich mit einem Russen zusammen in eine Zelle gesteckt. Was zum Teufel macht so ein Stück Dreck wie der hier drin? Ich hatte etwas zu viel getrunken. Hör auf mit diesem Kraft! Dolph Lundgren ist der Red Scorpion. Und wer ist das? Er heißt Nikolai. Er ist ein Deserteur. Der Mann hat uns bei der Flucht geholfen. Er hat uns das Leben gerettet. Aber warum bist du zurückgekommen? Ich glaube ich verstehe euch jetzt. Ich weiß wieso ihr kämpft. Diesmal glaube ich unserem Freund. Er ist ein Einzelgänger. Eine tödliche Kampfmaschine. Der Red Scorpion. Jetzt werden wir erstmal zurück schlagen. Red Scorpion. Der Wahnsinns-Actionfilm mit Dolph Lundgren.